Ich hol's, ich hol's. Da landet jemand. Mir oben. Ja, okay. Jeder ist immer mit Boxen besser. Ich boxe zweimal. Er pisset mich. Ich dachte, ich schieße extra nicht so rein. Ich boxe den ganzen Schwanz. Auf nichts kann man sich verlassen. Was? Was? Also weiß ich nicht. Digga leckster. Die Verdunen ist schlicht wieder zu leben. Ja, alles leckt sogar. Halt dich bereit. Also wirklich. Ich krieg keine Hips. Ich lebe. Ne. Also ich schaue Hartspuller zu. Ich lebe. Ach du Scheiße. Das ist genauso wie da, wo ich dann rausgegangen werde. Warte, ich kann dir zeigen, wo der landet. Du kannst dich verzei... Also er wird irgendwo hier... Auftrag markiert. Ja, gegen. Auftrag. Fick Geist. Das ist weg. Also siehst du, was ich pinge? Ja, ja. Seht auf den links. Ah, krass. Habe ich jetzt schon dich eingekauft. Habe ich jetzt schon dich eingekauft. Ja. Wenn du jetzt einen anderen eingekauft hättest. Wäre echt grob. Ok, bei mir geht gar nichts mehr. Ah, jetzt. Ich kann einfach durch die Tür nicht durchlaufen. Ich kassier. Von deiner Richtung. Also... Die sind hinter dir. Da hat ein Close gefühlt. Einer Cheatfrack. Ich kann ihn hier durchs Fenster abbalancen. Auf dem Turm da oben. Ja, ja. Beide? Ja, beide müssen... Einer ist runtergesprungen. Nach hinten. Links. Beide. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone wird verlegt. Geh, Digger. Was für ein Close ist. Ich schwör. Wieso kaufe ich eigentlich immer nur die M4? Ich könnte ja auch die Fennec noch dazu kaufen. Ok. Äh. Man sieht es nicht auf der Map. Ach. Hä? Nice. Haben sie nicht. Kommen sie nicht aus. Achso, es waren zwei. Ja, ja. Ja, das ist ehrenlos. Warte, warte, warte. Ah, hier liegt ne Mine. Ja. Da rechts vorne. Scheiße. Ich hab keinen Fall. Oben auf dem Haus. Oben auf dem Haus. Oben auf dem Haus. Oben auf dem Haus. Jetzt hab ich es auch gesehen. Junge. Ein HP. Ja, Digger. Ich bin gut low geschafft. Ja, ich bin noch nicht vorbei. Ich hab dich. Ausrüstungslieferung ist unterwegs. Nächster Wunder geht auf mich. Die Pushung. Ich glaube es ist nur einer. Ich bin in den Loadout. Jetzt liegt auch die M4 da. Oben hat kein Treibstoff mehr. Die Kehrs zur Basis zurück. Die Sicherheitszone ist weg. Sichtkontakt zum Feind. Sehe unter direktem Beschuss. Der andere ist nach rechts gesprungen. Ist der eine. Okay. Der andere auch. Gesichert. Ähm. Wir müssen. Lass mal hinten weg. Rechts. Ja. Oh, die haben mich schon anvisiert. Ich hab nicht. Ja, das Perk. Ja, dann. Wissen sie auf jeden Fall, was wir jetzt vorhaben. Aber man kann hier ganz gut. Alter, keine Chance. Okay. Kommt man da hin? Oh, das wär als Big für mich. Nee, kann man nicht. Das geht. Das Gas kommt nicht. Neue Sicherheitszone wird praktisch. Vorsicht. Das Gasverein wird bereit machen für Kontakt. Du bist der Letzte aus deinem Trupp. Beende den Job. Ja, die wissen auch genau, wo ich bin. Aber das Gute ist, die Zone geht jetzt wieder zurück. Das heißt, ich muss mich denen jetzt nicht zeigen. Ich hab noch zwei mal Self-Revalve. Zwei langlebige Gasmasken. Also, ich kann auf jeden Fall Plays machen. Ich lauf einfach ganz hinten links rum. Was hieß das am Anfang nicht? Das Hardware, die begrenzt ist? Das ist aber nicht mehr so, oder? Doch, doch. Doch, doch. Aber das Hardware ist hier so voll. Ich hoffe, dass wir nicht ganz so weit nach vorne müssen. Vielleicht nur von dir aus eins nach vorne. Das Gas wird sich. Erreiche die neue Sicherheitszone. Da oben landet jemand. Markiere Feind. Der Feind springt über dem Gebiet ab. Auf den Himmel achten. Vorne. Unterwegs. Ich werde von hinten angesnipet. Oder anvisiert. Also von Richtung dir. Südwesten. Okay. Perfekt. Woher wissen die das schon wieder? Ja gut, ich muss aber eigentlich zu tun. Ich höre ein Rät. Der wird in dem Haus sein. Ja. Artbeat habe ich natürlich nicht. Geht jetzt in die Sicherheitszone. Ach du Scheiße. Close links wird gefaltet. Mal schauen nicht, dass die hier hinten reinkommen. Hier war schon mal wer. Aber da hat man geschissen. Bitte können. Oh mein Gott, jetzt wird's End open. Da ist das Haus rechts eigentlich richtig okay. Ja, wir müssen da auch unten rein. Hilft nix. Wir müssen rechts gleich hinter dem Mauer verschwinden. Da ist mein Mann. Ja, wir müssen rechts gleich hinter dem Mauer verschwinden. Da ist mein Mann. Ich empfehle euch die Sicherheitszone aufzusuchen. Da ist mein Mann. Da ist mein Mann. Noch einer. Kann nicht sein. Ja, er ist tot, er ist tot, er ist tot. Oh, Dick. Du musst mich relativ schnell rissen. Hast du mit ner Nate geholt oder wie? Ich glaube er hat sich selber mit der Nate geholt. Los! Ich hab Stimmen wieder gehört, also komisch. Ich hatte halt in meiner MP keine Muni mehr, das war ein Verlaster. Die wär ne Bison. Kannst du denn eine Platte geben? Ja. Hier ist noch ne. Oh, jetzt kommen die vielleicht bei uns durch die Tür rein. Gehen wir gleich zurück in das Haus, wo wir gerade waren. Oh, du bist nicht weggekommen. Einer noch. Noch einer. Der ist weiter rechts, genau. Über uns. Über uns. Oh, das ist kreuzig. Warte, lauf du. Ich kann gar nichts machen. Ah, scheiße. Ich hol's. Ich hol's. Jawoll. Und ich hab's davor schon gecallt, weil ich's genau gesehen habe und ich die Gasmasken hatte. Junge, strong Runde von dir. Let's go. Endlich, endlich wieder. Es hat sich einfach gelohnt, dass wir gesagt haben. Nee. Du hast 7 Kills und 1,9 Schaden. Ist gar nicht so viel Schaden dafür, aber am Ende muss ich auch nicht mehr viel Schaden machen. Da muss ich einfach nur noch die letzten bisschen weg machen.